da bin ich wieder jetzt wackelt mir alles in meinem letzten video habe ich hier die ersten fünf von den zehn mini-tins aufgemacht heute nehmen wir die anderen fünf guckt euch gerne das andere video an was ich da bis jetzt alles gezogen habe checkt auch gerne die shops und was ich was alles was wir haben ja evoli und da diese wohl die sind komisch eingepackt die anderen sind anders und checkt die shops und was wir sonst zu haben gibt auch gerne ein däumchen like das video hier wieder die hammergeile münze ich finde die leuchtet so schön gucken wir was wir hier drin haben in den fünf dosen die ersten zwei sind hier ja ich habe mich im ersten bei den ersten fünf habe ich mich sehr gefreut pikachu werberak ratzfratz medica glurak in reverse fängt wieder genauso an ja aber darauf hatte ich vorhin auch als erstes die eboli nein und ein relaxo und ein relaxo und hier noch ein paar das ist warm das ist echt hitze hier heuschnuppen egal was tut man nicht alles für seine karten ja mit dem kapador hier würde ich auch gern tauschen schnärze am seligen das will google onyx evoli glumanda alola radical in reverse und ein melmetall in v sehr schön habe ich schon aber für die kids auf dem trödel die freuen sich namus lunastein sleeve polizei die karte geht nach drüben sehr schön next one relaxo mit dem haben wir beim ersten video angefangen oh was mit der coin hier passiert print line of coins die behalte ich auf jeden fall die kommt mit dem eine sammlung als rarität und hier noch mal zwei euro euro hier wieder ein werberak reiß laus lavita kamau bisasam pupita in reverse und ein lavados sehr schön nächster booster das waren dann 20 und heute zählte 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 ging eigentlich so mit der rate beim letzten mal radikal ich zähl natürlich das reverse glurak in reverse auch als hit mit natu und natu in reverse in einem pack ja was ist hier garadas holo nein das macht du nicht das war kamau beditzer und weberak und ein garados in holo verwechselt es immer mit der richtigen pokémon go weil beim richtigen bei dem händen spiel da kann das nämlich ein dito sein okay wir nehmen wir die pikachu box wieder eine schöne münze ohne print lines und hier zwei booster aus der pikachu box fleckmann griffe weberak dieser floor in reverse sehr schön die war sehr teuer die habe ich mir gerade bestellt sie war sehr teuer teurer als die holo selber und ein despoter ein despoter aber ein glück gibt es fast genauso oft dass ich hatte das bis jetzt darüber freuen sich die kids meldhan evoli pikachu shiggi weberak dusselgur in reverse und ein zapdos wir haben auch schon ein mal jetzt nicht hier aber sonst noch zwei dosen halt ihrer jetzt müsste man so lange was kommen das wäre wäre sehr nett damit die mini tins auch weiterhin meine lieblings produkte bleiben bis jetzt waren es viele viele eine v karte haben wir schon ein meldmetall ein meldmetall ja mein onyx ein gloomander bietzer kreislaus dusselgur shiggi in reverse und ein sapdos und sapdos mal wieder hier noch dieses und dann noch zwei aus der carpador dose es scheint diesmal werde ich keine entkaufe empfehlung umgekehr so meine augen text und lieber ist wenn sie so mal so zwischendurch ja aber darauf hoffen dass hier die richtig großen hits drin sind glaube ich nicht dass man das machen sollte das war bei glänzendes schicksal ganz anders carpador vielleicht habe ich auch wirklich nur pech diesmal mit dieser dose mit diesem display die letzten zwei aus der carpador das wäre nicht schlecht das wäre nah wie taub gibt es ein gluak ja glumanda evoli natu ich fasse es nicht ja dankeschön hast mir doch das richtig raus gesucht unten tour talk noch hinten dran ja mein zweites sehr schön aber da ist es sehr schön das schimmert cool kommt und ich wollte schon sagen ich mache die beiden nicht auf die letzten aber naja so last pack magic das wollte wieder naja das dann glumanda reißlaus dusselgur bisasam shigi pokestop in reverse die habe ich auch bestellt die edit und die war nicht billig die keiner hat die super jetzt habe ich sie und danach nochmal und noch mal ein alola kokowai sehr schön das dritte ist doch ja jetzt ist die kaufempfehlung doch wieder da also das hat sich dann doch wieder gut geändert mit den ja das war jetzt aus den zweiten fünf dosen nicht schlecht naja ich gehe jetzt einsortieren ich bedanke mich ganz herzlich fürs zusehen wie gesagt alle däumchen und weiß ich was alles däumchen hoch glocke an und check was unten drunter ist wir sehen uns beim nächsten mal tschüss tschüss